Deswegen try ich jetzt einfach mal, wie schnell ich jetzt auf dem Server hier gebannt werden kann. Das ist ein guter Server. Auf so einem Server will ich sein. Ah, unsichtbarer Hack. Dann hab ich Arten gefunden. Hey, ich bin gerade so auf einem kleinen Server, weil da gerade dieser Checker2000, das ist so ein random Streamer mit, keine Ahnung, mit gerade sieben Zuschauern, der einfach jeden Bann für Hacking Day in irgendeine Combo bietet oder so. Und, äh, ja, deswegen try ich jetzt einfach mal, wie schnell ich jetzt auf dem Server hier gebannt werden kann. Äh, Checker2000 ist da oben leider im Game Mode, aber, ok. Oh, Game Mode, man, Bruder. Komm, Digga, wo ist jetzt dieser Checker2000? Was ist jetzt mit dir los, Alter? Was ist mit dir los? Das ist ein guter Server. Auf so einem Server will ich sein. Ohne Spaß, warte, ich guck mir das jetzt im Streamer an und ich werd das jetzt aus dem Streamer aufnehmen. Unter ne Minute. Unter einer Minute. Ohne Spaß, der Bannter hier hinweg, der irgendwie ein Sprint Reset oder sowas macht. Mein Gott, ich komm gerade nicht drauf klar. Ich komm gerade nicht drauf klar, ich wurde gerade für Unsichtbarkeits-Hacks gebannt, wie ich im Stream gesehen habe. Warte mal, ich muss euch das mal abfielen. Ne Junge, das ist ohne Spaß, das ist sogar. Ich wollte eigentlich irgendwie für Hacks gebannt werden, weil er hat jeden Typen auf diesem Server einfach gebannt, wenn er irgendeine Combo oder so war. Und jetzt wollte ich mal gucken, wie schnell ich hier gebannt werden kann und jetzt werde ich, wurde ich gebannt für im Stream für Unsichtbarkeits-Hacks. Warum macht ihr denn das? Wir stellen unsichtbar. Übrigens, sorry wie viele Störgeräusche, das ist in seinem Stream. Das müsste der letzte leider ertragen. Oh, Digga. 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 Ah, unsichtbarer Hack. Ban, hab' Platen gefunden. Oh, Digga. Oh, Digga. Ja, Entschuldigung. Allein diese Ban-Nachricht ist schon falsch. Der Ban, Ban, das ist das englische Wort für Ban, anstatt das deutsche Wort Ban mit zwei Ns. Der Ban-Grund unten, oder die Ban-Nachricht unten ist schon falsch. Aber, Junge, ich wurde... Ah, unsichtbarer Hack. Ja, warte, ich banne ihn. Nichts. Oh, Scheiße. Scheiße. Oh, ne. Das ist noch viel lustiger, als wenn er irgendwie wegen einer Combo oder so entbannen würde. Das ist ja noch geiler.